Hi. Es geht, es geht, es geht. Hallo. Danke dir. Kein Thema. Herzlich willkommen zum zweiten Spieltag. 1 Stunde 13, bis wir gegen G2 spielen. Wir haben Nico gerade schon im Fahrstuhl getroffen. Der hat Johannes in den Vlog eingebaut. Johannes meinte, der wird easy peasy. Also, was Johannes sagt, stimmt. So, wir sind noch bei den Florian. Wir bewirren. Meiner soll noch fahren. Nein. Warn. Hast du Randalik, oder? Wer will noch Banane essen? Max, du hast eine Banane. Karim, aufstehen. Danke. Du bist bei mir, oder? Eine Banane für Max. Die Frage aller Fragen. Wird das Veto wieder einmal genauso ablaufen, wie ich es prediktet habe? Seht in den Vlog, genaue Informationen zu bekommen. Sagt vorher die Maps. Nein, das kann ich doch nicht machen. Wieso? Das ist ja nicht live. Nein. Nein, aber dann kann ich später immer sagen, habe ich doch gesagt. Ja. Nachdem das mit dem Einzug in die Gruppenphase geklappt hat, Fatih mir eine Uhr gekauft. Korrekt. Nur das Beste für meine Besten. Aber Roman, kannst du bestätigen, dass wir genau diese Maps hier vorbereitet haben? Ja. Kann ich bestätigen. Aber ihr werdet nie wissen, ob das die Wahrheit war. Ich habe mit den Leuten aus Biglands wiedergekommen, bereit zu treffen gegen Sie. Grimbo ist in der Mitte der Warm-Up. Wie hast du angefangen? Wie fühlst du dich schon bereit? Ich denke, das wichtigste Teil ist, dass du dich auf deinem Setup fühlst. Dann spielst du einfach ein Aimbots, bis ich bin bereit. Dass es dir ein bisschen weh tut, Josef. Du hast so eine Art. Du bist süß. Ja. Da hast du sogar den... Ja, gegen Komplexe war ich Sport. Ja, gegen Komplexe war ich Sport. Ja. Ja. Schieb und Weißfuß. Nee. Am B? Nee. Wenn du bist Cave, dann zählt die Smoking. Jetzt macht er ja meistens Bandemolot auf die Zehn. Und der lässt dich nicht leicht zurückgehen. Ja. Und wenn der Einzelne da spielt, so wie ich oder wie er hat gespielt gegen A, dann haben wir halt Probleme. Ja klar. Wenn aber mehreren da kommt, dann kann er einen töten und weggehen. Ja. Und wenn er da mit mehreren da ist... Du hast hier so ein bisschen Kraft. So ein Mädchen. So. Und dann wenn da mehrere sind... Was passiert? Du hast keine Vision, oder? Nee. Es geht nicht um den Einzelnen. Es geht um das Team. Ja, jetzt seid ihr recht. Jetzt tretet ihr das Team auf. Denkt an die Arena vor 11.000 Leuten zu spielen. Das ist schon eine Weile her. Ich glaube, das habt ihr euch verdient. Und mehr habe ich nicht zu sagen. Ja. Spielt euer Spiel und habt Spaß. Wir sind gut vorbereitet, Leute. Lasst uns auf jeden Fall immer versuchen zu überlegen, was nicht gut in den Pracks ist. Und das zu reproduzieren, ja? Nicht irgendwie übertrieben neue Super-Setups. Nein, das ist unser Playground und wir spielen dann unsere Setups, okay? Ja. Hier ist nix. Ich geh zurück. Wuhu! Let's go! Let's go! Wir sind alles in einem Ground. Bummer, fliegt der Blumenkopf. Zweit. 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 2-3 Ez. 1-1. Bau Wanns破, das ist ein Jape? Das ist nicht so. Was Deutschland auch? Ich glaube das ist ein Sieger. Ja das ist so. Du bist trotzdem. Wie eine Säge. Wanns破, ich bin es nicht so. Du hast doch das Geräte. Du hast es verdoppelt. Das ist aber einfach. Der Hauptheräusch, ist ein Siegerel-Sack-Einiger. Nice on one! Aros! Nice! Let's go! Let's go, man! Richtig Jungs, man! Die Parts sind, Johannes, du Flash, okay? Ich kann's sagen. Und du rushst als erster sozusagen raus, okay? Also ich rush einfach. Ja, du rushst raus. Hol dir eine Flash Forrest und geb ihn, okay? Ach! Doppel ABP! Ab euch! Mitte jetzt nochmal, okay, die haben drei Modus. Hey, hey, helf mal, hey! Ich passe KF auf, ich kann flashen. Komm rein da! Anti Orange, low! Stairs! Anti Orange, Anti Orange! Sportabe, Dexterabe! Aros! Schade, ich bin so knackig, ja? Okay, Gameplan. Timing sitzt nicht, weil wir wissen nicht und so, ist okay, nehm ich, ja? Geht auf meine Karte. Inferno CT, wir haben unsere ganzen Trainings, die wir da brauchen, dass wir die jetzt auf dieser Map besiegen. Also komm, man! Komm, wir mal Kreisseite, das fackt langsam ab. Wir müssen jetzt nicht richtig ricken. Und das werden wir auch, ja? Wir haben eigentlich gut gespielt, nur wir müssen uns noch jetzt ein bisschen und wir sind ein Team, okay? Ich will, dass wir jetzt zusammenspielen. Wir haben uns zusammengespielt. Wir haben teilweise gegeneinander gespielt und das ist nicht gut. Ich will, dass wir richtig geil miteinander spielen und jetzt auch mal Bock haben zu gewinnen, ja? Ich hab noch Bock auf Mirage, direkt auf Mirage. Ich schaffe das. Auf drei, go big, okay? Eins, zwei, drei. Go big! Komm, Mann! Komm, wir ficken ihn jetzt. Du hast gut gespielt, genau so weiter, Alter, ja? Ja, danke. Auf die Toilette, Alter. So, bitte nicht. Ach, scheiße. Aber nicht mit einem. Nein! Hier hat einer schon abgebissen. Der ist für dich, Max. Gute Videografen bei Big auf jeden Fall hart entlohnt. Hier gibst du schon eine halbe Fitnessregel. Ey, jetzt, warte jetzt. Heiße Phase. Der wackelt diese auch schon ganz vorne. Oh, stimmt. Ich verliere nicht mehr. Du wirst so verliere, es ist vorbei. Alter. Alter. Das ist ja ein Save. Das ist ja eine Tradition. Ein Diplomat. Alter. Kurzfilm. Nicht dein Ernst. Nee! Oh, was ist das denn? Oh, nein, Mann! Oh, klar. Verlierer sammelt hier auf. Es ist, äh, viel Arbeit, die... Hinter uns liegt eine Menge Arbeit. Und gestern Abend, die Jungs haben wieder ein bisschen die Puppen hier gesessen. Ähm. Ein bisschen guter Dinge. Welche Messer warten wir uns wohl? Mein Tipp? Mirage und Nuke. Anubas. Es ist nicht schlecht. Du kennst manchmal in der Kirche, wo sie diese Waffeln abgeben. Ja, Glückskekse. Es ist nicht so, das ist das gleiche. Ich denke, es ist wie Glückskekse. Ich habe nie in die Kirche gewonnen, nicht so. Aber ich denke, es schmeckt wie Glückskekse. Oh, ich will nicht. Wollt ihr es zurück? Ja. Geh, groß! Ging, groß! Ging, groß! Ging, groß! Ging, groß! Ging, groß! Ging, groß! Warum haben wir so ein bisschen solche Musik gehört? Ach so, zum Steigern der Aggressivität für... Ja, wir haben gesagt, wir wollen heute ohne Angst spielen. Weil wir gestern etwas mit Angst gespielt haben und dann haben wir die richtige Musik gehört. Ja. The muscle! The muscle! Die stolzen Väter. Die stolzen Väter. Und die Jungs. Ja? Unkelgopp. Und dann haben wir am Ende V und AN uns gelassen. Saty hat sich gewünscht, dass wir das interne Humbleib. Wir sind unfassbar stark auf Entfernung. Schreibt in die Kommentare, wie stark wir sind und was für ein unglaubliches Freak wir haben. Wir haben eigentlich nur auf Benni gehört. Er hat gesagt, wir sollen die Map spielen, weil wir gut sind. Also schreibt in die Kommentare, dass Muscle nur Muscle ist und nicht der Brain. Ach ja. Looking for a new job. Also, Entferno immer mit der Russian. Mit Flashmove. Coach, Muscle. Du drückst ganz schön so den Kopf? Wie kann man damit denken? Nice! Let's go, Team. Mies cringe. So, wir müssen uns jetzt mal auf die Suche machen. Flo hat so ein kleines Precam-Ritual, dass er einmal Milky Way isst. Ähm, da gucken wir mal hier in dem Catering-Bereich. Oh, hier ist eine kleine Food-Area. Normalerweise ist es hier. Oder hier. Milky Way ist es einfach nicht. Wir nehmen ein Snickers mit, das heißt nichts. Mit ein paar Bananen. So wird man hier verpflegt. Essen ist sehr, sehr gut. Natürlich nicht so gut wie bei uns im Büro. Grüße an Nuran gehen raus. Ich bin froh, wenn wir im Büro sein darf. Juno zurück zu den Jungs. Hoffen, dass Frisch auch mit dem Snickers heute hittet. Aber sehr wahrscheinlich machte das. Guten Tag, wir sind heute mit Benjamin Grünenberg von Big Clan. Ähm, jetzt. Was sagen Sie denn so zur aktuellen Performance in Katowice von Ihrem Team? Also ich muss sagen, ähm, wir sind, ähm, nicht ganz zufrieden mit unserer Leistung. Wir sind sehr gut ins Turnier gestartet. Ähm, konnten uns auch in vielen Bereichen auch verbessern. Auch wenn wir mal eine Map oder ein Game verloren haben. So wie gegen G2. Heute gegen Spirit sind wir noch besser vorbereitet. Die Maps liegen uns sehr gut. Mit Nuke, Mirage und, ähm, Anubis als Dritte. Ja, ich denke mal, es wird ein klares 2-0. Was sagen Sie zu Spirit als Gegner? Ich muss ehrlich sagen, ich kenne niemanden außer den jungen, äh, blonden Herren, dem ich einen Stuhl in den fünften Stock getragen habe. Grüße gehen raus nach Wonderful. In meinen Augen aber trotzdem ein gutes Team. Wir müssen auf jeden Fall, ähm, die respektieren. Aber trotzdem werden wir heute ohne Angst auftreten und Gesicht geben. Vielen Dank für das Interview. Benz-23 auf Twitter. Doppelunterstrich. Grüße gehen raus. Vielen Dank. Du bist so richtig autark, Alter. Es gibt all meine Energie. Ah, geil. Plus 500 IQ. Ich, ich kau jetzt auf einmal. Ich kau jetzt auf einmal. Ich kau. Mach mal so schreien hier. Du kannst doch Russisch, oder? Ja. Ja, siehst du? Er sagt, chargst du gegen CTschaft. Egal wo du stehst. Aber was mit der, was mit der Flash? Die? Benutzt du nicht. Ich kauf einfach... Kaufe ich du jetzt? Ja, du kaufst du jetzt. Und Smoke. Und... Ich brauch Smoke. Und Smoke. Und wer... Was mach ich mit der Flash? Willst du eine haben? Ja. Du bist wieder irgendwo, wo du willst. Ja, das ist geil. Ja? Vielleicht kämpf ich auch. Nein, nein, aber Halle. Halle bist du. Du musst Gesicht eingeben. Wir hoffen, wenn die runterkommen, dass Richard 500k macht. Ja. Eine Flash. Zwei von Silo U-Cat-Jump. Und dann bist du Cat oben, hast du bam, 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 bam. Und ich bin May, mach bam, bam, bam. Was ist, wenn die auf Hartmann und löscht du? Nee. Ich bin Rampe. Der ist ein Q. Nein, du bist nicht Rampe. Ich bin Rampe. Du bist Halle. Dieser Wundervoll, wie der heißt. Der ist Garage, diese Backkante. Okay, dann gibst du dem im Surfen Gesicht. Ja, aber ich sehe seinen Kopf ja nicht. Der zieht nicht Silo, der zieht Teleboxen. Ja, aber der wird ja dann so... Irgendwie gebe ich ihm Gesicht. Oder vielleicht hole ich Kid Smoke. Und die da draußen kommen? Ja. Das ist cringe. Fucks. Forza Take machen, kommen sie nicht draußen, okay? Kleiner Read. Kleiner Read einfach. So zum Nebenbeich snacken. Ja. Forza Take. Nichts, nichts. Aufpassen. Hallo. Das Kermit Gesicht. Sau. Da muss man noch hinähmen. Das ist die Theorie. 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 Der war bestimmt bei der Armee, diese Arze. Wie ist die Leidenfolge? Reden, Ahmen, Schießen oder Bief? Ahmen. A-S-R. A-S-R. Das ist die Methode. Enstlich. 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 Ich rige nichts mehr. Ich habe gerade geguckt, ich mach einfach einen Video. Scheiße. Was kann man denn raus. Wenn das nicht, zeige ich Ihnen ab? Teinten. Einmal richtig Düser nicht. Ich rige das zwei. Siehst du auch an okay? Komm. Also好. Das war die größte Review der Komponente hier heute. Cool, dass sie ein erstes Spiel zwischen ihnen getrennt. Searson, schön und einfach. Zwei Taps in Patsy und Siren, problematisch für Spirit. Especially hier in 3v5, wo Magix hat seine Kopf gepackt. Heavn? Wonderful still up in heaven, trying to join Chalker. Nice! Halt! Stark Leute, geheilt die Schirke. Komm. Komm, gefickt mich jetzt. One out through double, Tapsen has to reel back, Searson goes real deep. And then Patsy is able to at least punish another. Patsy, double kill now, looking good. But Foggin's got the response back from Decon. Nice man! ...to make sure nobody split this, Magix again Foggin gets nothing, Foggin doubles down. Two headshots into the ramp room, Searson claps back on Kopper and it's all. Let's go man! Arruh, Arruh! Du, selbst Spieler ist an die Barsen, okay? Ja, ich kann's. Let's go! Let's go! Einer von Schacht. Einer ist Schacht, der Kopf. Titlis! Titlis immer noch! Und heaven, heaven, heaven! Leg die Marke! Leg die Marke! Einer wird main kommen. Einer mail in heaven. Er könnte auch Schacht kommen. Repositioning! Einer, du bist sehr fertig. Einer, du bist sehr fertig. Einer, du bist sehr fertig. Einer gedroppt. Einer gedroppt, Sides. Hobi-Flash ist irgendwie so fast. Brauchst du Degasorn. Nice. Nice! Let's go man! Patsy, hast du gerade schon gesagt, leg die Bombe? Kennst du mich gar nicht? Ja, ich hab schon die ganzen Sekunden lang. Ich hab Säkert. Ja, weil... Ich steh immer links. Ich steh immer direkt die Bombe vor. Und dann hast du mich da direkt... Ich hör nur so... Leg die Bombe! Gute Energie, Leute. Heute haben wir gar keine Angst, Alter. Du bist in 10, Junge. Du Terminator. Genau so brauchst du dich. Das ist so. Also, wir haben schon nochmal. Ich hab die Energie. Ja, das ist ein schönes Headshot. Und jetzt, dass Patsy durch den Ticketboot getötet wird... Oh, nein! Woooo! Nichts! Alle drei Tees. Unser sehr klein wenig Gehäuse. Du denkst, dass das ein Layup ist. Aber Tapsy hat einen Insta-Headshot. Und was übrig ist... Nein! Du bist der beste Junge! Du bist der beste Junge! Nein! ARP war... ARP auf dem Feld! Down, ARP! Waffe raus! Let's have gelegt! Default plant, glaube ich, sogar. Default plant, ja. Default! Default! Beide Kits! Du hast die Gehäte, der hat 20 KT. Hier von rechts, links, links... Das ist genau hier. Das ist genau hier. Nice! Let's go, Mann! Nein, ich... Go, Leute! Komm, weiter geht's! Komm, weiter! Komm, Mann! Schau! 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 Schau, Leute! Schau! Schau, Leute! Schau, Leute! Vergesst mal diese Map. Alles, was schlecht lief, vergessen wir jetzt mal. Shake's einfach auf. Das ist jetzt... Wir müssen diesen Refresh-Button klicken, das einfach mal Reset-Knopf, weißt du? Und dann geht's einfach neu. Das ist einfach Best of One. Und wir spielen diese Map, ja? Ja. Und dann halt so machen, wie wir es gesagt haben. Wir haben vergessen, was wir besprochen haben. Wir spielen ohne Angst. Und wir spielen supportive zueinander, okay? Geil! Versuch mit positiver Energie. Versuch eine positive Aude auszustrahlen. Ey, wenn einer mal was nicht macht, ey... Geil! Geil! Ey, egal Leute, wir wollen das machen so. Wenn wir eine positive Aude haben, dann werden wir das Spiel locker gewinnen. Und in der Pistil, du bekommst Duel Berater das Pistil-Spiel. Okay? Geil! Ja? So würde ich sagen, machen wir und dann haben wir sehr, sehr viel Spaß. Tief, aus der Nase einatmen, schön ein paar Sekunden, und dann schön auszunehmen. Dann werden wir ein bisschen Pech hier. Wir müssen ein bisschen Karim aufbauen, weißt du? Ja. Wir hatten ein rough Game, das kann jedem passieren, weißt du? Die denken, die haben uns jetzt, aber Alter, wir resetten sie gleich mal aufbauen. Wir vergessen jetzt die letzte Map, resetten den Knopf, und werden richtig geil mit einer geilen Stimmung jetzt diese Map spielen, okay? Wir können jetzt zeigen, dass wir das beste Rang-System sind. Wir haben jetzt ein Mal mit der Galeel, Galeel, woher wir beide wohlkommen, aber er hat sich eine Chance zu bekommen, aber er ist ein Mal mit der Seite zu bekommen. Oh, wir sahen eine. Ja, fünf Sekunden zu spare. Chopper in den Korn, Fawvin ist bereit für das Spiel. Wir haben sie auf der Klocken, Tappen und er wird abonniere. Wir haben sie auf der Klocken. Und hier kommt Wunderf shall, und hier kommt Wunderf. Das ist gut! und insofern sind sie tot der Todesmacht. Spirit wird diesen Test überleben, und Big eliminiert in Katowice. Sie gewinnen die Dignität am Ende, mit dem Versuch auf eine Comeback, aber die 13-2 war zu viel. Big eliminiert hier in Groups gegen Spirit. throw our glauben. Merset, der sind Kreuzkouac, das ist die Erachter, und hier sind seine Farbe. Wir können uns da, die Fertig Итεί, die Muster, die das 41-jährige Morde des Landes. Wir wollen unsere G shown können. Mit der Verwärter des Nachwuchs und der Verwärter des Nachwuchs weit im Knob必 erheb. Die Institute des Nachwuchs und mit der Verwärter des Nachwuchs und die Erachter des Nachwuchs und die Zerrinnen der Nachwuchs Untertitelung des ZDF, 2020